Wann darf man wieder duschen? Hi! Alles klar? Das ist ein bisschen komisch. Kann sein, dass ich das bin. Du? Okay, weil... Ja, ich hab ja bei dir das Tätow bekommen. Ja, vor drei Wochen? Ja, und ich wollte fragen, wann ich wieder duschen kann. Wie, warte mal. Du hast vor drei Wochen das Tätow bekommst. Fragst du mich jetzt, wann du wieder duschen kannst? Was, jetzt drei Wochen nicht duschen? Ja, meine Freunde haben alle gesagt, ich darf damit nicht duschen gehen. Deine Freunde? Sind deine Freunde Tätowierer? Ich hab nie gesagt, dass du nicht duschen darfst. Natürlich duschen. Ich hab gesagt, nicht baden. Nicht schwimmen. Okay. Aber duschen? Du hast jetzt hoffentlich nicht seit drei Wochen die Folie da drauf? Nee, natürlich nicht. Die hab ich abgemacht. Aber ich war halt nicht duschen, weil meine Freunde haben halt gesagt, ich darf nicht duschen. Okay. Ganz fahrt nach Hause, duschen, Folie abmachen und dann nochmal wiederkommen, da gucken wir mal drüber. Ja, Folie ist schon ab. Ah, okay. Alles klar. Dann ganz flott duschen. Und dann komm ich noch wieder. Ja, dann komm ich noch wieder. Boah, endlich. Ich hab gedacht, ich darf jetzt noch länger nicht duschen. Ja, danke. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.